Jo! Ah! Schummelt's ja wieder! Jo! Ah! Jo! Oh! Pirouetten! Challenge! Hahahaha! 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 Figes Musik! Servus Leidl! Servus! Wir sind ja gerade auf so einem Stufenset und mir ist gerade die Idee gekommen, dass man da rauf fahren könnte mit unseren Reifen. Unsere 650W Reifen. Was haltet ihr davon? D-Stufen da rauf fahren. Ich glaube es wird stark, aber es schon funktioniert. Das könnte aber schon funktionieren mit unseren Enduras. Probier mal. It's your turn. It's my turn. Jo! Jo! Hahahaha! So! Bup, 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 buuuu! Jetzt bin ich wieder drei jetzt. Ja, war gar nicht schlecht. Ja. Second, first try. Fuuuck! Hahahaha! Sauber! Hahahaha! Okay, jetzt machen wir den Druck. Okay. Also Fabio, it's your turn. Jo! Zirk, 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 zirk! Hahahaha! Der Hund schummelt schon wieder. Unglaublich! 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 Zirk, 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 zirk! Oh, ich hab geschummelt! Hä? Der Hund gong höher. Ja, ich hab auch ein bisschen aufgeschalten. Jo, 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 jo! Ah! Jetzt! Aber es ist gut. Gehen wir weiter, oder? Ja, es ist gut. Ja, es ist gut. Gehen wir weiter, oder? Ja. Ich wollte gerade sagen. Ich wollte gerade sagen. Ich wollte gerade sagen, gell? Fangst du das mal an? Die und die gappen. Und dann? Genau. Und dann die nächste ausfahren. Auf geht's! Woah! Woah! Hahaha! Du weißt schon, dass du jetzt einen halben Meter zu kurz gekommen bist, oder? Ich weiß ja. Soll ich nochmal? Ja, mach nochmal. Jo! Okay, du bist dran. Ich will die ausfahren, den abziehen und springen. Okay. Und ich hoffe, ich verliere durch das da nicht zu viel Speed und so. Woah! Hahaha! Ich helfe dir gerne, oder? Ich glaube auch, ja. Jetzt hast du aber überhaupt ganz Speed gehabt. Aber der ist echt nicht ohne. Ja. Ja. Ich glaube, du musst viel schneller vorne... Yes! Sick! Yes! Dann probier jetzt auch nochmal. Der ist echt geil. Okay, ich probier mal ein bisschen andere Technik. Ja, und da bann ich auch abziehen. Bann ich auch da rein und dann abziehen. Okay, probier mal. Woah! Hahaha! Okay. Da waren wir nicht ganz drüber, gell? Nein. Die werden ja gescheit abgezogen. Farmer hat gesagt, es gibt neue Produkte im Onlineshop. Und das ist eines für die nächsten neuen Produkte. Das ist so ein Sweater eigentlich. Ziemlich fein. Bisschen für die Frühlings- und Herbsttage. Okay. So, auf geht's. Fabel kommt. Ui, jo! Der war schieren. Der war schieren, ja. Der war gut. Alter, next challenge. Really, der Aufbrich. Ich glaube das geht's. Na. Yo! 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 Halt mich. Hier! Ah! Rechts die Stufe! Yo! Yo! Yo, yo, yo! Yes! Wheelie Stair Challenge completed. Zeigen wir weiter. Yo! Piu! Section, first, try. Yo! Easy, cheesy, ja? Da ist eine Stiege. Wow! Locken! Die Mauer auf. Ich denke schon, dass wir aufkommen. Und dann da drüben? Kleine Stiegen reingeppen. Yo! Schaut euch das T-Shirt an. Fabio hat jetzt noch so ein langes Lift runter an, aber normalerweise ist es ein T-Shirt. Kurz am T-Shirt. Kurz am T-Shirt. Genau. Da so einig gestickt eigentlich. Genau. Echt ziemlich, ziemlich, ziemlich cool. Genau. Da wieder klassisch 6 Series. Und das coole ist, es ist ein bisschen länger geschnitten. Eigentlich ein Long Tee. Genau, Long Tee. Gibt's ab jetzt übrigens. Mehr? Jo! Wow! Durch die beiden Sachen. Wenn dir was passiert, sind wir gleich am richtigen Platz. Jo! Jo! Ja, ich kann jetzt fünf Meter nach Hause, oder? Jo! Jo! Safe ist was anderes, oder? Gerade nicht safe. Gerade nicht safe. Gerade nicht safe. Schauen wir weiter, oder? Schauen wir weiter. Jo! No Look! Over the Street! Land, Haus, Platz! Der zweite Raum. Okay, Gap Elias von hier kommt, da durch, da über die leichte Welle, das kann sie hier vielleicht ein bisschen sehen, rausspringen und da auf die Plattform rauf. Ja. Yes. Der durch ist echt ein bisschen eng. Also, man muss es so mal anschauen. Yo, easy, cheesy. Hallo. Hä? Servus. Wir machen manuell Pirouetten. Eins gegen eins. Okay, innerhalb von 30 Sekunden werden wir... Okay, 30 Sekunden, Manual Pirouetten Challenge. Yo. Um was geht's? Um ein Bier. Ey, du kannst schon stoppen. Ja, kannst schon stoppen. Ja. Du bist ein Teil von 6 Series. 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Halbzeit, 9, 10, 11, 12, 13. 14. 14. 15. 15. Stopp. Wow. Das ist so schwierig. Jetzt sieht man echt schwierig. Wie viel man kann? 15 oder 16? 16, glaube ich. 16. Okay, die Mädels müssen jetzt leider zum Zug. Okay. Und jetzt müssen wir selber stoppen. Wie ist dein Instagram? Ich? Wie der weiß oder was? Persian Goddess. Wie? Persian Goddess. Persian. So, jetzt müssen wir leider selber stoppen, weil die Mädels weg sind. Naja, so kann es gehen im Leben. 3, 2, 1, go. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Uah! 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 Da wird einem schlechter. Aber es war eine coole Challenge eigentlich. Danke für ein Bier übrigens. Bitte gerne. So, Elias. Oh, warte kurz. Es läuft gerade die Musik. Hahahaha. Alter, du vollidiot. Hoffentlich. Schauen wir weiter. Genau. Auf geht's. Warte kurz. Warte kurz. Ja, ja. Warte kurz. Ja. Hallo, wir machen es. H ganz gut. Sie sind bereit? Nein. Das ist bereit. Aber wir sind bereit. Ja, gestern. attractinger. Ich glaube das ist ein ziemlich cooler Ort gerade um das Video zu beenden und Leute wir hoffen euch hat es wieder mal Spaß gemacht auf jeden Fall noch ein riesiges Dankeschön an alle für die ganzen Einkäufe im Onlineshop wie am Anfang schon erwähnt und ab jetzt gibt so die neuen Produkte, das T-Shirt, den Pullover, ich hoffe euch gefallen die Sachen und wir verlinken euch den Shop da oben. Genau, vergesst es sich wieder mal auf Instagram zu folgen gibt es ganz witzige Sachen vor allem in den Storys und wer mehr Freeride Urban, Downhill, Enduro sehen will der kann gespannt sein bei mir gibt es bald ein neues Video auf dem Kanal also ziemlich coole coole Geschichten wieder mal edit und genau bis dann. Ciao. Tschüss.